Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu The Witcher 3 World Hunt und ich muss mich jetzt gleich mal entschuldigen. Ich habe nämlich weiter gespielt und habe immer auch zwischendurch gespeichert und habe vergessen aufzunehmen. Nicht schön, aber ich erkläre jetzt mal kurz, was ich gemacht habe. Wir waren im letzten Video, haben wir natürlich einen Eingang gesucht, dort im Gebäude und die Lösung war ganz einfach. Man muss da einfach hochgehen, die Fackel anzünden, da wo wir im letzten Video schon gerätselt haben, was das eigentlich soll. Dann geht so eine Tür auf und im Raum, in dieser Tür gab es einen Schlüssel, den wir dann benutzt haben. Und dann konnten wir dann diese Truhe oder diesen Tresor aufmachen und uns die Beute holen. War nicht der Rede wert. Ich muss das euch leider jetzt so erzählen, weil, wie gesagt, ich habe es leider total verkackt hier. Ja, tut mir echt leid. Dann sind wir natürlich in der Schatzsuche. Greifenschuldenausrüstung haben wir dann gemacht, nachdem wir das abgeschlossen haben. Und da hieß es, durchsuche die Ruinen der Festung beim Leuchtturm. Und da kann ich euch bloß sagen, ich bin jetzt hier reingegangen, weil ihr seht schon auf der Karte, das kann ich euch nochmal zeigen als Erklärung, falls ihr... Ja, hier gibt es einen Eingang und da müsst ihr tauchen. Und wenn ihr hier dann reintaucht, kommt ihr dann letzten Endes... Also ihr müsst ein bisschen aufpassen auf die Gegner, das ist klar. Kommt ihr dann letzten Endes zum Leuchtturm. Und jetzt haben wir, oder habe ich zumindest, so einen Flugdrachen hier, der hier auf dem Boden liegt. Habe ich getötet. Ja, das ist eine Viren-Sache, ne? Wevern, Wevern oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding wirklich heißt hier. Die haben wir jetzt fertig gemacht. Ja, und er kann uns keinen Schaden mehr zu finden. Also ich war schon oben am Leuchtturm. Bin auch schon mal rumgelaufen. Aber so viel gibt es hier nicht am Leuchtturm. Ich habe es schon bemerkt. Ich kann euch leider wirklich nur... Mir tut es echt mega leid. Ich kann euch leider wirklich nur diesen kleinen Einblick jetzt geben. Ich suche aber nach wie vor diese Greifenschulenausrüstungskiste. Die ist nach wie vor geheim. Ich sehe es auf der Karte. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich speichere jetzt mal zwischendurch. Warte mal kurz, kleinen Moment. So, okay. Was macht man jetzt? Wenn ich jetzt hier runterruppe, sterbe ich höchstwahrscheinlich. Das kann man ausmachen, das kann man anmachen. Da verändert sich nichts. Wo zum Teufel ist die Greifenschulenausrüstung? Wir können nochmal hoch zum Leuchtturm gehen. Aber ihr seht, dass schon anhand der Karte ist das ein ganz anderer Fleck. Also hier bin ich hochgegangen. Nachdem ich getaucht habe. Durch die Höhle. Und dann letzten Endes haben wir hier alles eingesammelt. Hier lag noch ein Toter. Und das war es auch schon. Mehr kann ich euch auch nicht sagen. Ich suche hier nach wie vor diese blöde Ausrüstung. Ich finde die echt nicht. Durchsuche die Ruinen der Festung beim Leuchtturm. Mehr wird nicht gesagt. Ich habe auch gemerkt, man darf hier nicht sterben. Ganz wichtiger Punkt. Wir laden das einfach nochmal neu. Ich schneide das hier. Also ihr habt es gesehen. Es ist etwas schwierig, sich hier vorzubewegen. Bei den Ruinen. Die Greifenschulenausrüstung ist immer noch nicht so richtig erspäht worden. Aber ich weiß gar nicht. Die muss ja dann, wenn es nicht drüber ist, muss es ja drunter sein. Das heißt, wir müssten eigentlich wieder runter gehen. Das wäre meine Auffassung. Aber wo könnte denn die sein? Vielleicht liegt sie doch ganz unten. Und ich habe sie aus Versehen beim Höhletauchen nicht gesehen. Aber wir haben schon auf jeden Fall einiges an Ausrüstung erhalten. Ach Quatsch. Das tue ich ja mit der Armbrust hier rumspielen. Das wollte ich nicht. Vielleicht war so ein Ton. Das hört ihr bestimmt auch, wenn ihr genau lauscht. Wir gehen einfach mal wieder runter. Vielleicht war die Greifenschulenausrüstung schon quasi zu sehen. Nee. Geht nicht. Das ist ja echt merkwürdig. Weil, ihr könnt ja sehen, das ist dann echt, also das ist echt merkwürdig, ja. Ihr könnt auf jeden Fall sehen, dass die Höhle anders geformt ist, als wie man hier zum Schatz kommt. Also irgendwas ist ja merkwürdig. Ich weiß nicht, ob es hier vielleicht einen Trick gibt, wie man hier rankommt. Ich hoffe, auf jeden Fall irgendwas leuchten. Oder irgendwas machen hier. Vielleicht müssen wir auch hier irgendwelche Fackeln anzünden. Aber es ändert sich gar nichts. Hm. Auf jeden Fall sehr merkwürdig. Es muss auf jeden Fall doch irgendwie außerhalb dieses Gebäudekomplex sein hier, wo wir jetzt gerade drin sind. Ja, und die Greifenschulenausrüstung befindet sich hier. quasi hier. So, und da es ja nicht nach oben geht, muss es ja logisch sein, dass es ja nach unten geht. Oder befindet sich das bloß im Umkreis. Das kann auch sein, dass ich hier die ganze Zeit denke, ähm, dass ich das unbedingt genau an diesen Icon befinden muss. In Wirklichkeit ist es in diesem Umkreis. Das war natürlich auch der Hammer. Ach so, das, was hier die ganze Zeit so rumtönt, das ist das Ding dort unten. Das ist aber ganz schön laut, ne? Hier geht's auch nochmal an der Leiter hoch. Ich glaube, wir haben's fast gefunden. Jetzt habe ich's endlich entdeckt. Ja, ihr seht's. Manchmal sieht man den Wald verlauter Bäumen nicht. Wir haben's. Das war's. So, da können wir endlich mal jetzt durchlesen. Handwerksnotizen. Ein Auftrag, wie ich schon seit Jahren nicht mehr hatte. Mich hat der Hexe aufgesucht, der vom Baronett gerufen worden war, um sich der bösen Kräfte im Leuchtturm anzunehmen, die die Schiffe an den Felsen zerschellen lassen. Er stand in der Tür meiner Schmiede, sah so edel aus wie ein Prinz oder Grafe und sagte mir, dass sein Silberschwert während des letzten Auftrags beschädigt worden war. Die Klinge war stark angeschlagen, an zwei Stellen fast gebrochen. Ich fragte ihn, woher ich denn wissen solle, wie eine solche Klinge zu reparieren wäre. Da gab er mir ein Schema und sagte, ich solle ihm eine gänzliche neue Klinge schmieden. Er versprach mir eine hübsche Summe dafür. Hätte mich bei der Herstellung dieses Dings fast selbst umgebracht. Ja, ich war Lehrling bei Meister Barnaby von Novikrat und ich habe schon ein oder zwei Hexer-Klingen im Leben geschmiedet. Aber es ist schon über drei Jahre her, dass ich sowas zuletzt in der Hand hatte. Am Ende war es einerlei, denn noch ehe ich damit fertig wurde, hatte der Hexer herausgefunden, was beim Leuchtturm vor sich ging und so musste er schnell zur Burg des Baronetts eilen um. Der Rest ist unleserlich. Können wir nicht mal lesen. So, gut. Also, ich merke mir jetzt in Zukunft, wenn ein Schatz mit einem Umkreis links ist, ja, mit einem Umkreis, äh, wie nennt man das? Mit einem Umkreis auf der Karte. Dann weiß ich, okay, wir müssen vielleicht ein bisschen suchen. Das wird gleich nicht angesprungen kommen. Und, ja. Gut. Sind wir jetzt glücklich? Wir können das hier noch benutzen. Da werden die Gegenstände für einen gewissen Zeitraum aufgewertet. Ja, man darf sich nicht so doof anstellen. Das ist hier auf jeden Fall das Fazit. Wir haben uns jetzt gerade ein bisschen dämlicher angestellt, aber okay. So. Ähm, was ihr nicht gehört habt, aber was ich gesagt habe, ähm, wo ich das nicht aufgezeichnet habe, leider Gottes, ähm, ist, dass wir jetzt mit Schatzensuchen aufhören, mit Hexeraufträgen auch erstmal aufhören, würde ich sagen. Ja, wir müssten hier das hier vielleicht noch machen. und Nebenquests gibt es aktuell eigentlich auch nicht, die ich jetzt gerne machen würde. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt weiter mit der Hauptquest. Ja, ein Poet in Mythen trifft Zoltan am Ort des Hinterhalts. Und, ja, das werden wir auf jeden Fall jetzt als nächstes angehen. Hauptquests. Es geht also weiter hier mit der Geschichte von The Witcher 3 Wild Hunt. Und, ja, werde ich, ah, ihr seht, das ist mitten in der Pampa, beziehungsweise in der Nähe von den sieben Katzen. Da werde ich jetzt auch mich hinbegeben. Ja, soviel zum Thema Greifenschulenausrüstung. Die haben wir jetzt also komplett, könnte man jetzt beim Schmied anfertigen. Bin mir nicht sicher, ob das was bringt. Von daher. Gut. Wir sind jetzt wieder hier. Die Katzen fangen wieder an zu jaulen. Also, die mögen auf jeden Fall definitiv kein Hexer. Ich denke mal, das wird auch eines irgendwie der Gründe sein, dass der irgendwie solche Katzenaugen hat. Da sie ihn als Konkurrenten oder irgendwie als Katze sehen. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir bloß so vorstellen. Ich reibe mir meine Story hier alleine durch und vor. So, und da sind wir auch gleich in der Nähe. Ach, hier ist ein kleiner Vorsprung. Da muss man aufpassen. So, und da wäre auch Zoltan. Ja, bevor jetzt wir mit ihnen sprechen, höre ich jetzt mit dem Video auf. Ja, es tut mir leid, dass das Video im Gegensatz zu den anderen ein bisschen planlos war, weil A, ich habe vergessen aufzunehmen und ich musste euch am Anfang das alles erklären und das ist nicht schön. Ich will das schon eigentlich lückenlos zeigen. Aber das war meine Schuld. Ich habe schon gespeichert und ja, will jetzt auch nicht nochmal von neuem anfangen. Das war, wie gesagt, nur ein paar kleine Sachen, die jetzt nicht gerade relevant sind. Deswegen habe ich es euch versucht, am Anfang des Videos zu erklären. Ja, und dann sind wir halt, wie gesagt, dann zum Turm hingemacht und ja, da haben wir auch ein bisschen gesucht, bis wir die Greifenschuleausrüstung bekommen haben. Aber jetzt geht es wieder straight forward. Jetzt geht es wieder ja, streng weiter zur nächsten Hauptquest und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Dann wird es auch wieder lustiger und wieder auch ein bisschen spannender. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Gebt mir auf jeden Fall ein Like.